Hallo, in diesem Video geht es um das Berechnen von Nullstellen mit der Substitution. Die Beispielfunktion, die wir hier haben, lautet h von x ist x hoch 4 minus 11x² plus 18. Und es ist eine biquadratische Funktion, da wir zwei unterschiedliche Exponenten haben. Erstmal setzen wir 0, h von x ist gleich 0, x hoch 4 minus 11x² plus 18 ist gleich 0. Und dann kommt die Substitution. Wir setzen x² gleich z und x hoch 4 z². Und jetzt sehen wir, es hat die Form, dass wir es mit der Mitternachtsformel berechnen können. Also, hier berechnen wir es. Allerdings lautet es dieses Mal nicht x12, sondern z12. Jetzt kommt z1, also plus. Und hier minus. Und jetzt kommt die Resubstitution. Und jetzt kommt die Resubstitution. Und jetzt kommt die Resubstitution. Also, z1 ist gleich 9, ist gleich x². Dann ziehen wir die Wurzel. Also, x1 ist dann 3 und x2 ist dann minus 3. Und bei z2 ist es so. Also, die Wurzel aus 2. So, also die Nullsteine sind minus 3, Wurzel aus 2 und 3. Und das war's für heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn du weitere Mathe-Videos sehen willst, dann abonniere doch den Kanal. Bis bald und tschüss.